paartherapie ausbildung geht bald los wenn ihr euch dafür interessiert und natürlich kurs passive bindungsangst große thema gerade noch nie so viel nachfragen habe zum neuen kurs scheint ja nerv zu treffen sag ich mal ja heute haben wir das gute laune thema die schwiegermutter also beziehungsweise der partner positioniert sich nicht richtig also das kann man auch nicht schwiegermutter kann man nicht auch aus ist eigentlich egal ob das jetzt die schwiegermutter ist schwiegerpapa freunde also diese ganzen schwiegermutter themen gibt es viel übrigens aber in anderen kulturen noch viel häufiger ist so meine erfahrung wenn ich mal so interkulturelle parate und aber wie gesagt das betrifft nicht nur die schwiegermutter sondern überhaupt wenn irgendeine dritte person so eine riesenrolle spielt ja wenn du auch mir fragen schicken willst machst sowas ein formular auf liebe schipp lieber christian ich würde dir gerne meine beziehungssituation beschreiben und ich um deine meinung dazu fragen ich habe schon sehr sehr viele youtube videos in dir gesehen sehr schön lese derzeit deine bücher und kann trotzdem nicht erkennen was in meiner beziehung los ist doch hast du noch nicht den liebesgut gelesen das glaube ich sogar ein teil drin über schwiegermutter mein freund und ich sind seit 2010 ein paar mitte ende null also ich weiß es nicht ob ihr 20 40 oder 80 seid aber gut und es lief einige jahre ganz gut natürlich mit höhen und tiefen auch mal zweifel ich würde mich als die bindungsängstliche meinen freund als den verlustängstlichen sehen ja da kommen jetzt auch noch ein paar mehr interessante fragen auf in früheren beziehungen war ich der pluspol seit wir ein haus gebaut haben hat sich einiges verändert seine eltern leben im gleichen ort die kamen oft unangemeldet vorbei und störten mich immer mehr seine mutter ist sehr dominant und akzeptiert kein nein stimmt ständig über andere über die andere schwiegertochter ja du warst ja schon über dich geredet wird auch ich würde ihr narzisstische züge unterstellen gut wir wollen ja den kanal hier narzissmus freikriegen mal so langsam aber gut ändert ja nichts daran wie man das nennt habe schon verstanden ich habe ihn viele mal gebeten das mit ihnen zu besprechen aber erfolglos 2020 bekam wir ein baby und ab da ist alles eskaliert ich habe selber seinen eltern gesagt dass ich mir besuchen nur nach ankündigung wünschen würde und daraufhin hat ein richtiger streit begonnen dass immer so was streiten muss ich unfassbar aber das kann ich kann ich jetzt schon sagen das liegt an deinem partner dass der weil der ist dafür zuständig wenn jemand in seiner schnittstelle ist und dann man ist in der schnittstelle der hat die eltern das kontaktpunkt zu dir ist der kontaktpunkt erst in der mitte er muss das regeln ist nicht dein job muss ich ganz klar sagen und das tut das schon mal nicht seine eltern habe ich beschimpfte mein freund steht überhaupt nicht zu mir ja gut das ist das ist eigentlich schon eine red flag also weiß ich nicht immer scheiße immer ein kind hat zusammen aber das ist auch seine funktion als man dass er zu dir steht und dich verteidigt und nicht da seinen eltern zum fraß vorwirft ja also da kommt glaube ich glaube ich ein thema auf da sage ich jetzt schon mal was zu gute gelegenheit zu pluspol minuspol ich habe das natürlich ein bisschen youtube-tauglich gemacht ein bisschen allgemein eigentlich müsste man zwei skalen aufmachen und müsste sagen okay wer hat verlustangst wer hat bindungsangst und wer ist co-abhängig wer ist egozentrisch das liegt zwar häufig überein aber nicht immer es gibt natürlich es war nicht mal extra video zu machen aber es gibt natürlich menschen die er bindungsängstig sind trotzdem in der kooperien rolle in der beziehung agieren und es gibt menschen wo man jetzt sagen würde boah das ist ein bisschen drehen sie so ein bisschen sehr um sich sind aber gleichzeitig kommen sie irgendwie pluspolig rüber das ist natürlich wird natürlich immer vereinfacht auf youtube weil man kann das nicht jedes mal beim urknall anfangen irgendwie aber am ende des tages geht es natürlich darum ja wie kann man sich selber weiterentwickeln ohne auf den anderen angewiesen zu sein und ist ja das sage ich ja immer wieder spielt der andere nach deinen standards und die raken standards kann man verhandeln oder reist der die raker und dann ist es eigentlich auch egal wie man das jetzt schimpft und das und das auch noch gesagt selbst wenn man bei diesen minuspol plus wohl das jetzt mal so grob bleibt muss man sich auch sagen dass auch plus polen enorm toxisch agieren können das will man immer nicht so wahrhaben aber es ist so also selbst wenn er jetzt nicht so ein riesen ego thema hätte auch plus wurde können sehr toxisch sein dass eigentlich immer wenn leute so ein schmerzkörper und ins innere kind ego gehen dann kommen halt die probleme auf egal in welcher rolle man da so gerade steht und offensichtlich kann er sich nicht abgrenzen es kann sogar sein dass er ich jetzt gar nicht mal sagen dass er hier was auch nicht geschrieben irgendwie irgendwie egoistisch ist habe ich jetzt immer so ein bisschen in den raum geworfen aber muss überhaupt nicht sein kann auch sein dass er einfach zu koabhängig ist sich nicht abgrenzen kann so kann auch sein und ja koabhängig den eltern gegenüber kann sich nicht abgrenzen und du kriegst das jetzt ab so ne insofern wäre es dann ja toxische verhaltensweisen im plus wohl durchaus aber gut letztlich ist es immer so ein bisschen akademisch sprich mal diese diskussion weil letzten endes ist einfach die frage fühlst du dich wohl kann man das diskutieren kann man es nicht diskutieren gibt sachen die einfach haarsträubend sind darauf wollen wir immer wieder zurück nehmen so seine eltern er tut so als geht ihnen das nichts an das ist schon extrem red flag und hat sie dann noch heimlich eingeladen als ich mal nicht zu hause war und mit ihnen über unsere beziehungsstaats gesprochen gut das ist auch sein zu hause und natürlich kann er seine wenn du nicht da bist also das finde ich schon dass sein gutes recht ist seine eltern einzuladen da musst du natürlich auch gucken da muss man muss man natürlich immer gucken ja setzt sich nur einer durch mit seinen bedürfnissen das ist natürlich in der beziehung immer nicht so gut oder findet ihr da eine gemeinsame lösung aber ihm jetzt zu verbieten dass er seinen eltern in sein eigenes haus einlädt und auch zu verbieten mit anderen leuten über seine über seine sicht auf eure beziehungssituationen zu reden das geht meiner ansicht nach zu weit muss ich schon ganz klar sagen so seither gibt es immer mehr streiten unserer beziehung ich weiß oft nicht mal mehr warum er weigert sich mit mir darüber zu sprechen vertröstet mich jetzt nicht wird flapsig und völlig unzugänglich ich werde nur auf wüten und für mich schrecklich allein gelassen ja in der partherapie wird man jetzt andere begriffe benutzen da wäre er halt in dieser rückzugsrolle und du wärst wahrscheinlich eine attacke rolle da benutzt man ja so andere begriffe und genau eigentlich wert hier ein fall für partherapie aber du schreibst jetzt hier als nächstes wir waren dreimal in partherapie die war nicht hilfreich da mein freund die haltung hat es passt ja alles nur sie ist unzufrieden ja hoffe ich dass der partherapie den auch mal so ein bisschen die mangel genommen hat aber gut okay habt ihr das auch probiert abhaken zu hause wollte er nie die hausaufgaben des therapeuten machen ja gut das zeigt natürlich auch er boykottiert die partherapie und damit boykottiert natürlich auch die beziehung themen der streit sind ich fühle mich nicht gehört meine bedürfnisse zählen nicht und ich finde dass er meine grenzen nicht akzeptiert gut das sind natürlich wesentliche dinge zu meiner biografie mein vater war emotional nicht verfügbar meine mutter hingegen schon nun meine frage ist das toxisch wer ist der pluspol der minuspol ja wie gesagt das ist eigentlich aus meiner sicht jetzt keine also nicht was ich unter einer typisch toxischen beziehung verstehe weil du bist jetzt hier nicht irgendwie liebessüchtig und und ich würde mir ganz gerne mal toxisch aufbeheben für diese wirklich absoluten tumult achterbahnbeziehung aber natürlich ist es eine aus seiner sicht sehr unglückliche beziehung aus seiner sicht scheinbar nicht deine bedürfnisse werden nicht kommst du nicht erfüllt und weil es eben glaube ich auch keine typische toxische beziehung ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig mit pluspol und minuspol aber am ende des tages habt ihr so ein klassiker thema und er bewegt sich da im endeffekt kein millimeter selbst seiner mutter gegenüber da kuhabhängig sein sollte dir gegenüber ist es auf jeden fall nicht das kann man auch immer sagen und egal wie man das jetzt nennt ist einfach scheiße das ist ja ist es einfach kann er schnell wechseln ja innerhalb einer beziehung wechselt das eigentlich gar kann schon mal momentweise wechseln aber eigentlich hat man schon so seine rollen aber zwischen den beziehungen natürlich schon ist es einfach inkompatibilität na sonst versteht euch ja scheinbar ganz gut aber das scheint alten riesen konflikt thema zu sein kann das noch mal gut werden ja will ich jetzt nicht ausschließen aber ich denke das muss letztlich jetzt so entscheiden also wenn wenn ich da auf irgendwas stoßen würde und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher ist das jetzt ein deal breaker oder nicht beziehungsweise selbst wenn es ein deal breaker ist sage ich okay wir sind schon lange zusammen wir haben ein kind das schmeißt man jetzt nicht mal eben über den haufen dann ist ja immer der schritt zurück ist ja immer zu sagen okay ich versuche mein völlig verständliches was auch alle meine freundinnen sagen würden völlig verständliches bedürfnis durchzusetzen da muss man natürlich wirklich gucken dass man da nicht übers ziel hinausschießt aber also jetzt dass sein partner also dass du gern nicht einfach uneingeladenen besuch haben möchtest und dass dann partner dich schützen soll vor den attacken an eltern ich denke da muss man jetzt nicht drüber diskutieren und dann wäre eigentlich der schritt hätte eigentlich eine partherapie vielleicht auch schon passieren sollen dass du eben sagst so also entweder oder also entweder es hört jetzt auf oder das war es letzten endes muss man da mal so eine füße im boden rammen und sich dann auch mal durchsetzen unter umständen weil manchmal werden dann partner noch mal wach aber das ist immer schwer aus einer mail zu sagen das musst du natürlich wissen ob du da schon an diesem punkt bist dass du da weil wenn man das sagt dann muss man es auch meinen wenn man dann ein rückzieher macht dann hat der partner natürlich endgültig komplett die macht also und von daher macht das nur sinn wenn man es auch wirklich meint aber wenn da irgendwas ist was mich so richtig stören würde durchgängig immer wieder und da der mein partner komplett lockt dann ist es irgendwann hopp oder top ne ich finde die eigenen äh dealbreaker sind heilig irgendwie die sind auch letzten endes nicht verhandelbar weil wenn wir die verhandelbar machen dann kommen wir halt in alle möglichen unglücklichen toxischen verstrickungen und werden unfrei und ja klar jetzt kann man nicht sagen ja aber wir haben ein kind jetzt das muss ich aber sage ich jetzt wieder wie so oft muss ich jetzt mal meine argumentation mal außen vor lassen weil das ist im rahmen so einer e mail nicht zu leisten jetzt eine abwägung äh was für einen einfluss hat das auf ein kind eine eventuelle trennung und ist das ähm vertretbar oder nicht das muss jeder selber wissen beziehungsweise muss man an anderer stelle erörtern das können wir hier nicht leisten deswegen lasse ich das jetzt einfach mal außen vor in diesem sinne wir werden uns bald wiedersehen wo 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 wo